Eine unerforschte Insel. Erstmal die Dinge, woran sie starben werden. Regen, Witze, krankheitsübertragende Fliegen und dabei sind wir noch gar nicht bei den Dingen, die sie lebendig auffressen wollen. Wir verdoppeln das. Plus einen Bonus, falls wir es zurückschaffen. Falls? Ist das ein Affe? Oh mein Gott! Schaffen Sie uns hier raus! Das ist Korn. Er ist Gott auf der Insel. Wir gehören nicht hierher. Aber die Teufel leben unter uns. Ich nenne sie Schädelkriecher. Wieso? Weil es toll klingt. Okay. Den Namen habe ich eben erfunden. Ich will ihn Angst einjagen. Von mir aus nennen wir die so. Ja, das erscheint mir ein guter Name. Los! 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 Vielen Dank.